Spacetroopers Der Park war so friedlich wie bei ihrem letzten Treffen. Der Mann mit den grauen Haaren war etwas früher gekommen, damit er die Szenerie noch ein wenig genießen konnte. So viel Grün gab es im weiten Umkreis nirgends mehr zu sehen. Bei ihm zu Hause ließen nur ein paar Zimmer pflanzen, die seine Frau in der ansonsten sterilen Wohnung pflegte, ein wenig erahnen, wie die Erde früher einmal ausgesehen hatte. Ob die Natur in den Kolonien über kurz oder lang auch dieses Schicksal erleiden würde? Normalerweise gönnte er sich den Luxus von Schuldgefühlen nicht, vielleicht war die friedliche Umgebung daran schuld. Und so war er schließlich froh, als Schritte erklangen. Kurz darauf setzte sich der Mann im schwarzen Anzug neben ihm auf die Bank. Ein gelbschwarzes Insekt summte an seinem Kopf vorbei, über ihnen sangen Vögel im Geäst der Bäume. Unser Mann hat versagt. Die Idylle verlor durch die Worte ein wenig von ihrer Ausstrahlung. Stumm wartete der Mann mit den grauen Haaren auf weitere Informationen. Ein Teil der Daten wurde von einer anderen Partei gefunden, die uns leider zuvor kam. Und der Rest? Scheint sich unseren Informationen zufolge hier auf der Erde zu befinden. Dann finden Sie sie! Wir bemühen uns. Er hasste diese Floskel. Sie zeugte von Inkompetenz und Heuchelei. Ich vermute, dass Sie mir noch nichts über die Identität der anderen Partei verraten können. Doch, Sir. Wir vermuten, dass First Lieutenant Goldblum Ihr Kontakt auf der Washington ist. Also wusste sein Gesprächspartner nichts. Möglicherweise musste er die Stelle mit jemandem besetzen, der kompetenter war. Ihre weiteren Befehle, Sir? Der Mann im schwarzen Anzug korrigierte den Sitz seiner Krawatte. Vorerst keine! Mit einem Räuspern stand der schwarz gekleidete Mann auf. Sir? Die Schritte, mit denen er sich entfernte, wirkten unsicher. Der Mann mit den grauen Haaren betrachtete ihn ein letztes Mal. Es war nicht gut, sich an Mitarbeiter zu sehr zu gewöhnen. Persönliche Gefühle trübten nur das Urteilsvermögen. Ein Wechsel musste vorgenommen werden. Er bedauerte nur, dass er es nicht bereits Feuer getan hatte. Erstes Kapitel John sah aus, als würde er sich langweilen, so wie er sich in Boxershorts und Unterhemd auf dem Krankenbett herumlömmelte. Irgendwie konnte Harlen ihm das nicht verdenken, auch wenn sein eigenes Leben derzeit alles andere als langweilig war. Harlen hatte gerade einen langen, riskanten Einsatz überstanden, und trotz der Dusche fühlte er sich völlig ausgepowert. Was ist los, Mann? Dann, froh darum, endlich sitzen zu können, warf er sich auf den Stuhl neben Johns Bett. Was wohl, knurrte John. Ich hoffe, die lassen mich hier bald raus. Das klang, als wäre er nicht auf der Krankenstation, sondern in einer Zelle. Harlen lachte. Ich dachte, in ein paar Tagen wäre es soweit. Wahrscheinlich erst, wenn wir wieder abziehen. Alter, da kann ich dich beruhigen. Die Evakuierung von Libra 2.2 dauert bestimmt noch mindestens zwei Wochen. Die Aliens haben sich festgesetzt wie ein eitriges Geschwür. Ich bete vor jedem Einsatz drei Affe Maria. Das meinst du doch nicht ernst. Wofür hältst du mich? Tatsächlich war Harlen in einigen gefährlichen Situationen ein Stoßgebet entschlüpft. Auf jeden Fall habe ich mich mit dir am Steuer der Landefähre wesentlich sicherer gefühlt. John zog eine Grimasse. Wühl nur tiefer in der Wunde, alter Schweineprester. Glaubst du etwa, ich kann hier ruhig liegen, geschweige denn schlafen, wenn ich weiß, dass euch irgend so ein lahmer Penner runterschaukelt? Na ja, so schlecht ist Corporal Lindström nun auch wieder nicht. Im Gegenteil, die blonde Schwedin wirkte meist so kühl wie ein Eisblock, egal wie brenzlig die Situation auch war. Lindström? Ist das nicht eine Frau? Und ob? In der Tat war die Oberweite von Lindström beachtlich. Selbst Harlen war das aufgefallen, obwohl ihn das nicht sonderlich interessierte. Mir tut mir echt leid. Wahrscheinlich kann sie rechts von links nicht unterscheiden. Wie oft hat sie denn schon den Einflugsschacht demoliert? Na, soweit ich mich erinnern kann, hältst du da den einsamen Rekord einer Totalvernichtung. Harlen lachte gutmütig. Mist, Kerl. Harlen streckte ihm lächelnd die Faust hin, und John boxte seine dagegen. Sein Blick fiel unwillkürlich auf Johns Prothese. Sag mal, Alter, was hat sich eigentlich wegen der Implantate ergeben? Wollen die dir immer noch ein Kunstauge verpassen? Johns Miene wurde schlagartig düster. Er zuckte mit den Schultern. Hartfield sagt nein. Traust du ihm nicht? Doch, nein, John kratzte sich im Nacken. Ich hab nur das Gefühl, dass er da kein großes Mitspracherecht hat, wenn du weißt, was ich meine. Und ob Harlen das wusste. Liegestütze oder Sit-Ups waren wirklich keine gute Idee, um sich die Zeit zu vertreiben. Zum einen geriet er binnen Kurzem in Atemnot, zum anderen begann die Brust sofort wieder zu schmerzen. Dennoch fuhr John Fowd, Sit-Ups zu machen. Sag mal, spinnst du? John hielt mitten in der Bewegung inne, so sehr erschrak er. Keuchen drehte er sich um. Als er sah, dass es nur Ophelia war, atmete er erleichtert auf. Ach, du bist. Immer noch nach Atemringen stand er auf. Donnie, jufiert halt mich, wenn er mich bei sowas erwischt. Kann ich ihm nicht verdenken, antwortete Ophelia spitz. Ich dachte eigentlich, du willst hier schnell verduften. Deswegen trainiere ich doch. Grinsend machte er einen Schritt auf sie zu. Wieso musste sie eigentlich so verflucht sexy aussehen, wenn sie wütend war? Du bist ein Idiot! Wusstest du das schon? Ophelias Miene wurde noch übellauniger, während er näher kam. Kann schon sein. Ophelias dunkle Augen blitzten, als er die Hand nach ihr ausstreckte. Mit welchem Ziel, wusste er selbst nicht. Vielleicht, um eine der dunklen Haarsträhnen aus ihrem Gesicht zu streichen. Oder um den Schlag auf seine Finger zu spüren, mit dem sie seine Hand abwehrte. Obwohl sie ihn geschlagen hatte, setzte sie sich auf den Stuhl neben seinem Bett. Ich kann auch wieder gehen. Das zu sagen, nachdem sie sich gesetzt hatte, war reichlich unlogisch. Aber ihr jetzt mit Logik zu kommen, brachte ohnehin nichts. Also wischte sich John den Schweiß von der Stirn und setzte sich ihr gegenüber aufs Bett. Frau Brenz, das etwas nicht stimmte, konnte er ihr deutlich ansehen. Schweigend starrte sie die Wand an, ehe sie endlich antwortete, »Rossés Einheit wird vermisst.« Unwillkürlich biss sich John auf die Lippen. »Weißt du was genaueres?« »Das Übliche. Sie sollten eine Gruppe Zivilisten evakuieren.« Der Funkkontakt riß ab. Seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Ophilias dunkle Augen wirkten feucht. »Wieso riß der Funkkontakt ab?« Ophilia seufzte. »Libra 2.2 ist, sei es mich, ziemlich aktiv und, ähm, sei es, Erdbeben, Vulkanausbrüche.« Ophilias Stimme klang ungeduldig. »Ah, okay. Danke für die Erleuchtung.« »Jedenfalls behindert das den Funk.« »Und?« »Die müssen Sie doch suchen.« Ophilias Hände zitterten, als sie eine nicht vorhandene Haarsträhne aus ihrem Gesicht strich. Vielleicht versuchte sie auch nur unbemerkt ein, zwei Tränen aus ihren Augen zu wischen. »Lutnant Romero vom technischen Personal lässt Lindström nicht ohne Anweisung fliegen. Und Gallagher will so etwas nicht befehlen. Ohne einen Freiwilligen sehe ich da keine Chance.« »Verstehe.« Er griff nach ihrer Hand. Seltsamerweise ließ sie die Berührung dieses Mal zu. »Hilfst du mir?« fragte sie. »Was machen Sie denn hier?« Hartfield glotzte ihn sichtlich verblüfft an, als John in kompletter Montur auf dem Flugdeck erschien. »Melde mich freiwillig für eine Suchmission.« John salutierte vorschriftsmäßig. Dass er Donahue sieben Eide geschworen hatte, vorerst jedem Kampfeinsatz fern zu bleiben, musste er Hartfield ja nicht auf die Nase binden. »Welche Suchmission?« »Na, die vermisste Einheit der Roosevelt.« »Ach, die.« Hartfield runzelte die Stirn und musterte ihn. »Woher wissen Sie davon?« »Neuigkeiten sprechen sich eben schnell herum, Sir.« »Aha. Die Neuigkeit hat nicht zufällig zwei Beine und einen schwarzen Pferdeschwanz?« »Hab keine Ahnung, wovon Sie da reden, Sir.« John stand immer noch ganz artig in Habachtstellung. »Was sagt Dr. Donahue dazu?« »Ich stehe hier, Sir. Er hat mich entlassen.« »Immerhin war das keine Lüge.« »Voll einsatzfähig.« Hartfield wirkte immer noch nicht überzeugt. »Mit Verlaub, Sir. Aber ich melde mich freiwillig als Pilot der Landefähre. Ich habe nicht vor Kilometerweite Wanderungen zu unternehmen.« Hartfield seufzte. »Akzeptiert. Rufen Sie Ihre Einheit zusammen. Sie können das nächste Startfenster nehmen.« »Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, Sie zu sehen.« Tatsächlich wirkte Stannis, als habe er Magenkämpfe. »Das macht nichts, Sir«, erwiderte John fröhlich und salutierte. »Dann hören Sie auf, so dämlich zu grinsen und machen Sie den Systemcheck, ehe meine Laune noch weiter sinkt.« Stannis deutete Richtung Landefähre. »Der Rest, Marschgepäck überprüfen und einsteigen.« John schaffte es, Ophelia hinter Stannis' Rücken zuzuzwinkern, während er in die Fähre stieg. Sie starrte ihn an, als wollte sie ihn mit ihren Blicken erdolchen. »Stimmt was nicht, Garcia«, lafte Stannis. »Nein, Sir«, eilig warnte Ophelia sich ihrem Marschgepäck zu. Mehr konnte John nicht mehr sehen, da er bereits auf dem Weg ins Cockpit war. Der Pilotenstuhl fühlte sich ungewohnt an. Trotzdem beschlich ihn Vorfreude, als er die Systeme nacheinander hochfuhr und überprüfte. »Ready?«, fragte Stannis, als er sich nach einer Weile neben ihm in den Flugbegleitersessel quetschte. »Check. Wir können.« John sah nicht einmal auf. »Hier sind die Koordinaten unseres Landepunktes. Lieutenant Gallagher koordiniert unseren Einsatz mit dem der Roosevelt.« »Kriegen wir erhalten.« »Freut mich zu hören, Sir.« »Freuen Sie sich nicht so früh,« knurrte Stannis. »Der Anflug wird nicht einfach werden.« Der Anflug war der reinste Spießrutenlauf. John spürte bald, wie die Reflexe die Oberhand gewannen. Kein Denken, kein Fühlen. Er reagierte nur noch. Wich aus, schlug Haken, drehte ab, ließ die Fähre knapp vor einem Schuss trudeln und gab wieder Schub. In einer langgezogenen Schleife setzte er sich schließlich von seinen Verfolgern ab und tauchte in die Atmosphäre ein. Im Konturenflug jagte er über eine zerklüftete Gebirgskette, fragte sich nur, wie lange er damit die feindlichen Jäger von der Verfolgung abhalten konnte. Von der versprochenen Unterstützung der Roosevelt war weit und breit nichts zu sehen, auch auf dem Radar nicht. »Hier spricht Landefähre 4 von der Roosevelt,« tönte eine Stimme aus dem Funkgerät. »Landefähre 7 von der Washington, hören Sie mich?« »Positiv,« antwortete Stannis. »Wo stecken Sie?« »Wir müssen abdrehen, haben einen Treffer erhalten. Viel Glück noch.« »Copy. Over and out.« Ein Klicken war zu hören, dann rief Stannis. »Einsatzleitung für Landefähre 7.« Gelligers Stimme antwortete. »Einsatzleitung hört.« »Unsere Unterstützung von der Roosevelt ist ausgefallen. Er bitte Bestätigung, dass unser Einsatz fortgesetzt wird.« Eine winzige Pause entstand. »Einsatz wird fortgesetzt.« »Wiederhole.« »Einsatz wird fortgesetzt.« »Copy.« »Over and out.« Zu John setzte Stannis hinzu. »Sie haben's gehört.« »Landeanflug fortsetzen.« »Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen, Sir.« Je tiefer er ging, umso mehr machte ihm die Thermik zu schaffen. Die Landezone schien inmitten von Vulkanen zu liegen. Aber als er versuchte, eine sichere Höhe zu erreichen, wurde er sofort wieder von Alien-Kampfjägern bedrängt. Die wussten schon, weshalb sie der Planetenoberfläche fernblieben. John flog eine Schleife und versuchte es von der anderen Seite. Zu seinem Verdruss bemerkte er, dass seine Hände zu zittern begannen. Sehr viel länger konnte er den Spaß nicht fortsetzen. »Jetzt oder nee?« Er peilte eine Schlucht an. Ein winziges Zittern würde genügen, um sie an den steilen Felswänden zerschellen zu lassen. Eine Alarmleuchte ging an. Noch im Anflug drehte John ab. Er musste es auf eine andere Weise versuchen. Während er abdrehte, kam ihm eine Idee. Aus der sanften Kurve heraus steuerte er steil nach oben und jagte mitten in die Alien-Staffeln hinein. Als zwei Fünfer-Formationen sich ihm zuwandten, vollführte er eine scharfe Kehre und ließ die Fähre der Planetenoberfläche entgegenfallen. »Sind Sie wahnsinnig!«, keuchte Stannis. »Nein, Sir! Ich versuche nur, den Landepunkt zu erreichen.« Die Berge kamen näher. Die erste Fünfer-Formation drehte ab, kurz darauf die zweite. Das Tal zwischen den hohen Vulkankegeln wirkte winzig. »Abbrechen!«, schrie Stannis. »Abbrechen sofort!« »Sir, ich...« »Abbrechen!« John biss sich auf die Unterlippe, um einen Fluch zu unterdrücken, und gehorchte. »Ich empfehle die Einsatzleitung, um eine andere Landezone zu bitten, Sir.« »Wagen Sie das nie wieder!«, schrie Stannis. »Wir kehren um!« »Sir, bei allem Respekt. Aber wir können auf einem der Höhenrücken landen und uns dann zu Fuß zur Landezone durchschlagen. Das sind maximal zehn Kilometer.« »Ich sagte, wir kehren um!« »Ich wiederhole mich ungern, McCloskey!« Mit diesen Worten aktivierte Stannis den Funk. »Landefähre 7 an Einsatzleitung! Landung nicht möglich! Kehren um!« »Copy. Over and out!« Stannis stemmte sich auf die Tür. Vielen Dank.